hallo einen wunderschönen guten tag hier bei conny canarias und land und leute so heute sind wir hier in san fernando in bella vista die ja wie sag ich immer die fressmeile ganz da vorne rechts um die kurve ist der mercadona hier auf der linken seite sehen wir den hibadino und ich möchte euch ein lokal vorstellen und zwar ist das hier das motivos pinchos und tapas grill ich zeige euch mal wie es hier aussieht das ist der karl oder karl das ist der chef hier alles schön dekoriert super sauber alles wie ihr sehen könnt hier haben wir einen kleinen tresen da hinten der name in groß motivos alles sehr schön ja und die eigentümer hier das sind kubane die haben sich hier spezialisiert da ist auch die rosi die rosi kennt ihr ja noch von den tollen bildern hier gibt es zum beispiel einen gambaspieß ein salat motivos also ist alles ganz lecker hier wir gehen noch mal in richtung küche so hier in der küche habt ist arbeitet sein sohn das ist der enzo enzo ola ola hier kann man also direkt rein gucken hier kann man direkt reinschauen in die küche ihr seht also wie alles zubereitet wird und ist alles richtig lecker und wie ihr seht das ist auch alles sehr sauber so das war ein kurzer einblick hier in das motivos und ich bedanke mich bei euch und sage bis morgen bis morgen bis morgen Untertitelung des ZDF, 2020